Trendlinien sind ein absolutes Basiswerkzeug der technischen Analyse und das kann man sehr gut auch brauchen, um Krypto-Charts zu verstehen. Das genau wollen wir uns in diesem Video mal angucken. Ja, herzlich willkommen hier bei der Real Value Society. Wir zeigen euch, wie man mit Krypto echte Werte schafft. Willkommen bei unserer Serie zur technischen Analyse und wir wollen einsteigen mit einer ganz wichtigen Sache, nämlich den Trendlinien. Ganz kurz vorher noch eine Geschichte, die natürlich immer auch eine Rolle spielt. Zum einen, denkt bitte dran, das sind alles keine Handelsempfehlungen oder so, keine finanzielle Beratung, sondern reines Entertainment und ein bisschen Wissensweitergabe. Und warum macht man eigentlich technische Analyse? Dafür gucken wir einmal auf Folgendes. Wir haben bei der technischen Analyse keine Gewissheit. Das muss man wirklich wissen. Das ist kein Zauberwerkzeug. Es hilft aber, zum Beispiel Charts besser zu verstehen, seine Einstiegs- und Ausstiegspunkte möglicherweise besser zu finden und einfach auch die eigenen Chancen zu erhöhen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da solltet ihr euch immer bewusst sein, dass eben das Ganze ein Hilfsmittel ist, kein Zauberwerkzeug. Und es gibt zwei Sorten von technischen Analyse. Einmal Werkzeuge, über die wir sprechen, und einmal richtige Indikatoren, die meist mathematisch begründet sind. Wir werden hier verschiedene davon sprechen. Und jetzt legen wir los mit dem ersten. Ja, wenn wir jetzt über Charts sprechen wollen und Trendlinien, mal verstehen wollen, dann ist erstmal die Frage, wo komme ich an Charts? Eine Plattform, die wir gerne nutzen, wo eigentlich alle Kryptokurse abgebildet sind, ist CoinGecko. Da kann man dann sich einen beliebigen Coin raussuchen. Ich nehme jetzt mal Ethereum. Da öffnet sich dann hier das Fenster, kennt ihr wahrscheinlich. Und dann haben wir hier ein bisschen runterscrollt, so einen sehr einfachen Chart, so einen Linienchart. Damit kann man noch nicht viel machen. Deshalb ist es immer ganz sinnvoll, erstmal das erweitern. Dann ist es nämlich breiter zu sehen. Und dann hier auf Trading View klicken. Und dann kriegt man einen Profichart. Das zeigt sich gleich. Der wird nämlich jetzt hier hell. Egal, ob ihr da den Dark Mode eingeschaltet habt oder nicht. Und jetzt wird es interessant. Jetzt seht ihr hier verschiedene tanzende Linien. Und hier oben kann man die Zeit auswählen. Wir gehen mal in den Tagesbereich. Wichtig sind eigentlich Woche, Tag, vier Stunden, eine Stunde. Wir arbeiten jetzt mal, wenn man ein bisschen längere Zeiträume sehen will, weil wir ja Trends vor allen Dingen erkennen wollen. Über längere Zeit, dann ist der Tagesschart meist. Wenn du in kurzfristigerem Trends erkennst, dann können natürlich auch Stundencharts sinnvoll sein. Im Prinzip bleibt immer das Gleiche. Vielleicht nochmal für die von euch, die generell das neu entdecken und vielleicht diese Art von Charts nicht so gut kennen. Denn die Logik hier ist ganz einfach. Immer wenn der Kurs positiv abgeschlossen hat zum Vortag, ist die Kerze grün. Wenn es negativ war, dann ist sie rot. Und hier gibt es manchmal so kleine, ich zoome mal nochmal ein bisschen ran, hier gibt es so kleine Fetzen nach oben, so kleine Linien nach oben oder nach unten. Das sind die, nennt man auch die Wicks. Das sind so diesen Docht, den man nach oben oder nach unten hat oder diesen Pin. Das sind so Ausschläge. Der Kurs war innerhalb des Tages dann mal an diesem tieferen Punkt, hat aber höher geschlossen oder er ging hier, kann man das sehen bei dieser, ging mal weiter hoch, hat aber den negativ geschlossen. Deshalb die rote Kerze im Vergleich zum Vortag bildet also die Handelsspanne ab. Wollen wir jetzt aber gar nicht weiter vertiefen, wir wollen hier über Trendlinien reden. Und warum sind die cool? Weil wir sehen ja, Trends kann man relativ gut erkennen, aber wir wissen immer nicht, wann sie sich umkehren. Und eine einfache und sehr, sehr wichtige Sache ist, man nimmt hier oben bei den Werkzeugen gleich das erste Werkzeug, kann man auch ausklappen, da sind noch ein paar mehr, die Trendlinie. Und damit kann man malen. Und das Gute ist, das ist wirklich eine simple Geschichte, ist auch keine ganz exakte Wissenschaft, also kein Indikator, der mathematisch berechnet ist, sondern es ist eine technische Fertigkeit sozusagen, wo man auch durchaus ein bisschen variieren kann. Ich zeige euch mal ein Beispiel, hier sieht man, wenn man jetzt hier von Beginn die Linie zieht, die Trendlinie, dann kann man gucken, vom Beginn vom tiefen Punkt hier, vom Beginn dieses Aufwärtstrend, den man jetzt klar sehen kann, über hier einen Punkt, wo sie aufgesetzt hat und hier oben nochmal aufgesetzt. Und da sehen wir, ist immer drüber geblieben. Man kann sie auch ein bisschen anders nehmen, kann sie ein bisschen enger ziehen, dann geht man vielleicht von hier aus. Und dann seht ihr, wie schön diese Trendlinie hier immer diese Wicks getroffen hat oder nah dran war. Irgendwann auch mal hier ein bisschen angetäuscht runter, wieder hochgegangen. Man sieht aber, der Trend bleibt intakt, bis er denn irgendwann nicht mehr intakt ist und das sieht man hier. Hier bricht er durch und tatsächlich, wenn sich das bestätigt, dann sind das gute Ausstiegspunkte oder Einstiegspunkte, je nachdem, welche Richtung man handelt. Wir haben hier eben die Möglichkeit zu sagen, okay, der Aufwärtstrend ist so lange intakt, wie er oberhalb dieser Linie sich bewegt. Funktioniert natürlich genauso in die andere Richtung, kann man auch gleich im Ethereum-Chart machen, nehme ich mal noch eine Trendlinie. Wie gesagt, ihr könnt hier rummalen, bis der Arzt kommt. Machen wir das gleiche Spiel abwärts. Hier hatten wir einen Trend abwärts und da auch, das sieht man von oben gezogen, da touchiert, da touchiert, da touchiert. Hier häufiger so ein Trend aufsetzt, desto stärker ist er eben. Man sieht auch, die orientieren sich dann sehr stark die Kurse an sowas, weil Algorithmen und Handelsmechanismen und natürlich auch andere Trader kennen das Prinzip. Insofern hat das tatsächlich so ein bisschen Self-Fulfilling-Prophecy manchmal. Also sich selbst erfüllende Prophezeiung. Aber was spannend ist, ist eben, hier sieht man, hier bricht der durch und dann hat man manchmal das System, dass er nochmal zurückkommt leicht und dann erst recht läuft. Hier ist er direkt durchgelaufen. Wir können mal gucken, hier bei dem anderen, hier ist er auch relativ eindeutig gleich runtergegangen. Aber man sieht auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, eine Trendumkehr zu haben. Und zum Beispiel, man sagt, ich wollte jetzt Ethereum kaufen, aber es ging immer abwärts. Wann ist ein guter Einstiegspunkt? Dann muss man nicht hier kaufen oder hier schon. Man weiß es ja nicht, wie weit es noch runter geht. Da könnte er noch weiter laufen. Sondern man wartet einfach, bis die Trendlinie nach oben durchbrochen ist. Hier wäre dann eine Kaufzone, wenn er hier knapp drüber ist. Und wenn man einen Stop setzen will, könnte man ihn kurz da drunter setzen. Das heißt, falls er wieder zurückfällt. Das wären so ein bisschen Ideen für so Trendlinien-Nutzung. Umgekehrt, wann will ich aussteigen, wenn dieser Trend hier bricht? Also könnte man sagen, okay, ich nehme möglichst lange Gewinne mit und steige dann hier aus. Wie gesagt, dafür sind Trendlinien total hilfreich und das ist so ein bisschen das Basiswerkzeug fürs Verstehen von Charts. Ja, ich hoffe, die Trendlinien haben euch jetzt schon mal eine erste Orientierung gegeben, wie man sich im Chart so ein bisschen Sicherheit verschaffen kann, wie die Entwicklung eines Trends aussieht und wann der vielleicht gebrochen wird. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video doch bitte ein Like und schaltet wieder ein. Es gibt noch mehr Videos von uns auch zur technischen Analyse. Also, trade it safe und bleibt der Blockchain treu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.